Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal aus einer anderen Perspektive als sonst. Ich sitze heute vor meinem Schminktisch und darum geht es auch heute in diesem Video. Ich möchte euch den einfach mal wieder zeigen. Den Tisch an sich kennt ihr ja schon, aber ich habe hier so ein kleines Upgrade, nennen wir es einfach mal. Und ich möchte euch auch hier neben mir steht so ein kleiner neuer Schminkschrank und ich habe letztens meine komplette Make-up-Sammlung zum einen ausgemistet und es kam auch viel Neues dazu. Von daher dachte ich mir, es ist perfekt, einfach mal wieder so ein Schmink-Sammlungs-Schminktisch-Update, was auch immer zu drehen. Und ja, da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen Platz gemacht, um euch den Tisch jetzt hier einfach mal zu zeigen. Ich glaube so auf den ersten Blick ist es ja natürlich immer noch der alte Schminktisch, den habe ich ja wirklich schon ziemlich lange. Aber es hat sich darauf ein bisschen was verändert und davon rede ich jetzt nicht von den Produkten an sich, sondern von diesem und diesem Licht hier. Ich habe Post bekommen und zwar von Lamps for Make-up. Entweder kennen das einige von euch vielleicht sogar schon. Auf jeden Fall haben dies eine sehr, sehr große Instagram-Seite und halt einen Shop, wo sie Beauty-Licht, also solche Lampen verkaufen. Ja und ich hatte jetzt das große Glück, eine Kooperation mit dem Shop, also mit Lamps for Make-up zu starten. Dieses Video ist es nicht gesponsert oder so. Also ich habe diese beiden, also diese Lampen hier kostenlos zugeschickt bekommen. Aber ich bekomme jetzt irgendwie kein Geld und ich, alles was ich euch jetzt hier erzähle, ist wirklich so meine eigene Meinung. Das ist doch, also wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht irgendwas erzähle, um irgendwas schön zu reden, sondern ich sage es wirklich, wenn ich etwas als gut empfinde, dann sage ich das natürlich auch aus ehrlicher Ansicht raus. Ich habe diese zwei hübschen Lampen hier jetzt schon seit ein paar Tagen hier stehen und habe mich jetzt auch schon ein paar Mal vor diesem Licht hier geschminkt. Und ich sage es euch, es ist wirklich einfach krass. Also selbst meine Softboxen, ich glaube man sieht es jetzt auch, zumindest in der Kamera sieht es so aus, dass ich fast ein bisschen dunkel wirke im Gegensatz zu dem Hintergrund, zu den Lampen. Weil selbst meine Softboxen, die ich für meine Videos benutze, können, geben nicht das Licht, was diese beiden Lampen hier geben. Es ist wirklich richtig krass und ich habe viel erwartet. Ich wusste natürlich, es ist so ein Beauty-Licht, es wird krass sein. Aber als ich das erste Mal so eingeschaltet habe, der ganze Raum hier, ich brauche kein zweites Licht mehr, weil diese Lampen so viel Licht abgeben, es ist richtig krass. Da kommen wir auch schon zum Thema Licht. Make-up ist natürlich so eine Sache. Bei schlechtem Licht kann es natürlich auch nicht gut werden. Und ich muss sagen, gerade die letzte Zeit, wenn ich zum Beispiel Frühschicht arbeite und morgens aufstehe, ich habe nie richtiges Licht. Im Bad ist es alles viel zu dunkel, egal wie viel Licht. Und das ist so ein oranges Licht, das finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Meistens ist es dann so, ich gehe dann in die Arbeit und wenn es dann heller ist, dann gucke ich mich irgendwo im Spiegel an und sehe dann, oh Gott, was ist das, was ist das? Hier sitzt etwas nicht richtig, da sitzt etwas nicht richtig. Und das ist halt einfach alles lichtabhängig. Und ich habe festgestellt, man kann sich halt einfach die besten Produkte kaufen, wirklich die besten Produkte. Aber wenn natürlich die Lichtverhältnisse nicht gut sind, kann man selbst mit den besten Produkten nicht richtig arbeiten. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach nochmal von einer Nahaufnahme. So sieht das Ganze aus. Ihr bekommt zwei Lichter, die sind auch hinterm Spiegel miteinander durch ein Kabel verbunden, also das man hier und hier sehen kann. Ich muss sagen, Beauty-Lichter gibt es natürlich mittlerweile fast überall zu kaufen. Und bisher, weshalb ich mir nie sowas geholt habe, war einfach die Tatsache, dass man vieles immer irgendwie montieren muss, anschrauben muss, was auch immer. Sorry, wenn sich jemand so gut auskennt und da wirklich begabt ist, Respekt, aber ich bin es nicht. Ich könnte niemals irgendwie selber Lampen anbringen. Von daher, diese Lampen, die kommen so wie sie sind, man muss sie nirgendwo montieren, man muss nichts irgendwie verbinden, man muss einfach nur hinstellen. Hinten haben wir hier die Steckdose. Wir haben hier diesen Kippschalter und ihr macht einfach aus und ein. So einfach ist es. Ich zeige euch auch nochmal, wie die Lampen so aufgebaut sind. Also wir haben hier unten so eine längere Leiste und darauf festgemacht, das kommt alles schon so an, ist eben hier diese Leiste, wo sich die Glühbirnen drin befinden. Ich habe es hier so gelöst, weil ihr seht ja, das hier ist ziemlich schmal und es steht hier so ein bisschen drüber. Ich meine, wer einen großen Schminktisch hat und alles irgendwie so eine glatte Fläche ist, der braucht das jetzt natürlich nicht unbedingt machen. Aber ich, dadurch, dass ich es hier drauf platziert habe, habe mir hier unten drei Powerstrips reingemacht. Die kennt ihr vielleicht, die gibt es bei Müller oder auch bei DM zum Beispiel. Und einfach nur um das Ganze, ihr seht schon, das ist wirklich übelst fest. Also sie sind wirklich super gut ausbalanciert, also man muss keine Angst haben, dass sie umfallen. Nur bei mir ist es halt das Ding, ich habe drei Katzen und denen traue ich manchmal nicht ganz so sehr. Ja, von daher, man lernt daraus, man geht immer auf Nummer sicher. Und wenn ihr das Ganze auspackt, also wenn die Lampen bei euch ankommen, dann müsst ihr lediglich natürlich das Hinstellen, Anstecken, Einschalten und bevor ihr es anmacht, natürlich noch die Glühbirnen reinmachen. Also ihr bekommt dann, je nachdem, was ihr halt für Lampen bestellt habt, passende Anzahl an Glühbirnen dazu. Die kommen in dieser Verpackung an. Dann, ich habe mich jetzt hier für dieses 5, also dieses 2x5 Set entschieden, also dass ich sozusagen auf jeder Seite 5 Glühbirnen habe. Da könnt ihr mal auf der Webseite vorbeischauen, das ist auch ziemlich gut angegeben von der Höhe dann. Also da müsst ihr halt einfach gucken, wie groß euer Schminktisch ist. Es gibt natürlich auch Lampen mit 6 Glühbirnen. Aber das fand ich jetzt für mich persönlich ein bisschen zu viel, weil es dann einfach zu hoch werden würde. Deshalb habe ich mich für 2x5 entschieden und habe dann 10 von diesen Glühbirnen dazu bekommen. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe jetzt mal eine rausgemacht und ihr müsst wirklich nur hergehen und einfach nur die Glühbirnen hier wieder reinschrauben. So, nochmal ein Wechsel der Perspektive, um euch das Ganze mal nochmal genauer zu zeigen. Also den Unterschied sozusagen, wie das Licht sich so auf mich auswirkt. Ich sitze jetzt hier vor diesem Schminktisch und habe hier lediglich mein Tageslicht. Es ist zwar jetzt schon Mittag, es ist draußen hell, aber es ist Winter. Also das wäre jetzt alles an Licht, was ich so zum Schminken habe. Und wenn ich jetzt das Licht hier einschalte, dann seht ihr gleich mal einen riesengroßen Unterschied. Und auch nochmal von der Perspektive, so würde ich mich jetzt im Spiegel sehen. Ich habe dann natürlich den Schminktisch auch so stehen, dass von hier kommt gar kein Licht. Und hier kommt halt das Tageslicht. Dann habe ich auch nur eine Seite beleuchtet. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und jetzt schalte ich nochmal das Licht ein. Ich werde euch auf jeden Fall die Webseite und auch meine beiden Lampen, also dieses Set hier, in der Infobox verlinken. Und keine Sorge, wenn ihr zum Beispiel einen schwarzen Schminktisch habt oder so. Die Lampen gibt es natürlich auch in schwarz, nicht nur in weiß. Und sogar in rosa. Rosa ist auch sehr, sehr schön. Aber bei mir passt natürlich zum Schminktisch weiß einfach am besten. Und das Beste überhaupt kommt natürlich jetzt. Ich habe Rabattcodes für euch. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe direkt Rabattcodes für euch bekommen. Das ist wirklich richtig cool. Ich muss das hier mal ablesen, weil ich habe es mir aufgeschrieben. Also mit dem Code Verena. Einfach nur Verena bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf das 4 plus 4 Basic Set. Also wo quasi jede Lampe 4 Glühbirnen hat. Und auch 10 Euro Rabatt auf das 5 plus 5 Premium Set. Also das, was ich hier sozusagen habe. Und dann gibt es noch einen zweiten Rabatt. Der nennt sich Verena 20. Und da bekommt ihr 20 Euro Rabatt auf das 6 plus 6 Professional Set. Ich werde es euch einfach nochmal ganz genau in die Infobox reinschreiben. Und ich hoffe sehr, dass ihr euch freut. Die Lampen waren auch übelst schnell da. Ich glaube, ich habe nicht mal eine Woche drauf gewartet. Also das ging richtig schnell. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch schon zum zweiten Part dieses Videos, was ich euch noch zeigen wollte. Und zwar meine Schminksammlung. Also so ein kleines Update möchte ich euch noch drehen. Und dafür würde ich sagen, nehme ich die Kamera jetzt wieder in die Hand und zeige euch einfach mal meinen Tisch und mein neues Regal. Und was sich darin alles so befindet. Also wir befinden uns jetzt hier direkt vor meinem Tisch. Und wenn wir uns das Ganze hier einfach mal anschauen, habe ich hier sehr, sehr viele Lippenstifte stehen. Und zwar haben wir hier einmal so eigentlich so meine ganze komplette MAC Lippenstiftsammlung. Ich werde euch jetzt nicht jeden Einzelnen zeigen, weil das würde das Video sprengen. Aber da haben wir schon einige. Und hier haben wir dreimal Lime Crime. Also so sehen die drei aus. Dann habe ich hier noch einen Liquid Lipstick von Hatice Schmidt. Und zwar der Berlin, dieser ganz dunklen Lilane. Und hier habe ich noch einen Liquid Lipstick von MAC. Und der nennt sich Topped with Brandy. Hier steht noch von MAC mein Fix Plus. Das ist das ganz normale Fixier-Spray. Und dann kommen wir hier unten auch schon zu, ja, einem meiner Highlights. Meine Jeffree Star Liquid Lipstick plus Lip Ammunitions. Die zeige ich euch gleich hier hinten. Habe ich noch so von Douglas eine Pinzelseife. Und hier haben wir die ganzen Jeffree Star Liquid Lipsticks. Also es ist schwierig, euch jetzt alle zu zeigen. Ich habe hier diesen Weirdo, diesen schwarzen. Ich habe sehr viele bunte Farben zum Beispiel. Hier habe ich Blue Velvet. Und den benutze ich in letzter Zeit übelst gerne für Eyeliner. Und auch ganz, ganz viele so ein bisschen gedecktere Farben. Zum Beispiel ist das hier No Tino Shade. Dieser Metallic. Der ist richtig geil. Den habe ich mir jetzt erst vor kurzem bestellt. Das ist so Metallic Lila. Und hier haben wir, ich glaube, das müsste Androgyny sein. Das ist auch einer meiner absoluten Favoriten. Hier haben wir einen vom letzten Jahr aus der Weihnachtskollektion. Der heißt Human Nature. Und hier ist derzeit mein absoluter Liebling. Den habe ich auch gerade drauf. Das ist Celebrity Skin. Habe ich in Wien gekauft auf dem Jeffree Star Event. Und hier haben wir noch drei Lip Ammunitions. Und zwar haben wir hier Ex Supermodel. Wobei ich sagen muss, der ist mir leider fast ein bisschen zu pink. Und in der Mitte haben wir Celebrity Skin. Und ganz rechts Androgyny. Dann habe ich hier noch eine Schublade. Und hier drinnen sind gerade so Sachen, die ich irgendwie... Also diese Powerpuff Girls Stifte müsst ihr euch wegdenken. Die müssen noch irgendwo hin. Die gehören eigentlich hier nicht rein. Aber hier sind so ältere Pinsel. Also sehr billige Pinsel. Also die sehen zwar schön aus, aber die sind echt nicht gut. Und ein paar ältere, die kennt ihr ja auch. So ein paar alte Sachen, von denen ich mich einfach nicht trennen kann. Die ich aber wirklich nicht mehr benutze. Die haben wir hier drinnen. Und dann kommen wir auch schon zu meinem neuen Schminkregal. Ich habe mir das bei Mömax geholt. Und das ist eigentlich so für Büro, so ein Rollcontainer. Aber ich dachte mir, das müsste eigentlich sehr gut für mein Make-up auch passen. Ja, man darf sich diese Konstruktion nicht so genau anschauen. I don't know, was sein Problem ist. Aber mega. Also wenn wir jetzt hier oben aufmachen, haben wir einmal eine komplette Schublade nur für Jeffree Star. Also dem habe ich eine ganze Schublade gewidmet. Ich zeige euch einfach im Schnelldurchlauf, was wir hier alles haben. Natürlich die Blood Sugar Palette, mein absoluter Favorit. Und die Cersei Palette. Dann haben wir hier noch unten die Beauty Killer Palette und die Androgyny Palette. Und das hier ist einfach nur so eine leere Schachtel. Genau so wie diese Skin Frost Schachteln. Die sind auch schon leer. Aber ich will das nicht wegschmeißen. Dann haben wir hier zweimal Skin Frost, einmal Ice Cold und einmal Lavender Snow. Den habe ich mir auch jetzt erst vor kurzem gekauft. Dann haben wir hier meinen absoluten Favorite. Es sieht einfach so, so schön aus. Das ist Hypothermia von diesen Supreme Frost Highlightern. Habe ich auch in Wien gekauft. Und dann haben wir hier noch drei Lip Scrubs. Und zwar haben wir hier, von dem bin ich ein bisschen enttäuscht. Den mag ich geschmacklich nicht so gerne. Chocolate Covered Strawberry. Das hier ist Root Beer. Das war so mein erster. Und hier haben wir noch Strawberry Gum. Der ist auch sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt hier einfach mal ein bisschen aufgemacht. Hier hinten ist Lavender Snow, Ice Cold, Hypothermia. Und hier haben wir die Blood Sugar Palette. Und hier haben wir die Thirsty Palette. Einfach um mal für alle, die die Sachen halt einfach nicht kennen. Das soll es ja auch geben. Einfach, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie die Farben so aussehen. Und hier haben wir noch die Beauty Killer Palette. Das war ja die erste. Und hier haben wir die Endwatch in die Palette. So, und wenn wir die nächste Schublade öffnen. Das ist sozusagen die Gesichtsschublade. Also alles, was man so für eine Base braucht. Haben wir hier einmal ein Zoeva Pinsel Set. Also das sind alle meine Pinsel drin. Überwiegend von Zoeva. Ja, so für Gesicht. Puder Pinsel, Foundation Pinsel, Bronze Pinsel, Highlighter Pinsel und so weiter und so fort. Und dann wird es hier drunter erst interessant. Das sieht jetzt alles übelst durcheinander aus. Oh mein Gott. Hier habe ich noch zwei so Ebelin Pinsel. Dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal das, was hier drunter ist. Hier habe ich so eine Konturpalette von Beard Cosmetics, die ich allerdings jetzt nicht rausholen möchte. Und hier haben wir diese NYX Palette zum Konturieren mit Puder, Kontur und Highlighter Farben. Hier habe ich so eine kleine Probe von der Waterweight Foundation von MAC, weil ich gerade irgendwie so am gucken bin, mir mal vielleicht eine neue Foundation zuzulegen. Hier hinten habe ich leere, ja, Studio Fix MAC Puder Dosen. Habe ich irgendwie alle aufgehoben. Drei Stück, keine Ahnung. Oil Control Paper von Essence. Hier habe ich von NYX so eine Base, diese Honeydew. Die ist im Sommer richtig gut, weil die übelst erfrischend ist, wie ich finde. Aber gerade derzeit benutze ich sie nicht so gerne. Hier hinten habe ich von Alverde so, ja, Anti-Rot-Korrektur-Dinger. Allerdings finde ich die zu grün. Also mir ist es wirklich mal passiert, dass ich in der Arbeit angekommen bin und dann gesehen habe, dass das Grün voll durch meine Foundation durchscheint. Nicht so cool. Hier hinten habe ich noch so kleine Kabuki-Pinsel. Die benutze ich aber eigentlich auch fast nicht von Essence und von Douglas. Und dann kommen wir hier zu meiner derzeitigen, also ich habe wirklich derzeit nur zwei Foundations, weil ich ja eine Ordnung für sich keine Foundation mehr trage. Habe ich hier noch die von MAC, die Pro Longwear Foundation in Envy 15. Und dann hier von L'Oreal die Infallible 24 Stunden Mod Foundation in der Farbe Natural Rose. Allerdings, ja, ich bin halt einfach kein so ein Foundation-Fan mehr und vor allem nichts mehr, was so mattierend ist, weil ich halt auch trockene Hautstellen habe. Und ich habe das Gefühl, es verträgt sich einfach nicht. Von daher bin ich zurzeit eher an so flüssigeren Foundations am Testen. Aber da muss ich mal gucken, für welche ich mich letztendlich entscheide. Wenn ich noch irgendwie was trage, dann vielleicht diese BB-Cream von Garnier. Das ist so die hellste Farbe, die es gibt. Die ist eigentlich ganz gut, wie ich finde. Und dann haben wir hier mein aktuelles Studio Fix Puder von MAC. Hier habe ich NC10. Normal habe ich auch immer Envy 15. Hier habe ich jetzt NC10. Ich finde, man erkennt nicht viel Unterschied. Und dann haben wir hier einen MAC Concealer, auch der Studio Fix in NW 15. Also, ja, alles gleich. Dann haben wir hier meinen Primer, den ich derzeit gerne benutze. Den habe ich vor kurzem erst geholt. Face Studio Prime Hydrating Primer von Maybelline. Der ist wirklich richtig gut. Der setzt sich, finde ich, nicht so ab, sondern es ist, als würde man so eine Creme auftragen. Das finde ich sehr schön. Dann habe ich hier meinen Konturstick. Den benutze ich zurzeit am ehesten. Weniger diese Puder-Konturfarben, sondern eher den. Diesen Wonderstick. Da habe ich die Farbe Light to Medium. Und dann habe ich hier so... Das ist eigentlich mein Blush, den ich immer benutze. Weil der eigentlich ganz hübsch ist und nicht so pink, sondern einfach ganz dezent. Und der hat auch ein bisschen Schimmer mit drinnen. Als Browser benutze ich immer den hier. Aber da habe ich mich ja letztens schon mal beschwert, dass ich einen neuen brauche, weil der ziemlich dunkel ist. Der ist von YouStar und der nennt sich... Der hat keinen Namen. Der heißt einfach nur YouStar SunKiss Browser Powder. Okay, alles klar. Und hier haben wir noch von... Also hier ist nur Babypuder drin. Und hier habe ich... Benutze ich aber auch eigentlich gar nicht. So ein Color Correcting Loose Powder ist das. Und... Ja. Ist jetzt auch nichts, was man sich irgendwie nochmal kaufen würde so. Ja, was haben wir hier noch? Zwei Highlighter. Einmal, in den habe ich mich im Sommer übelst verliebt. Von MAC. Das war so eine Limited Edition. Ähm, hieß es zumindest. Und der nennt sich Whisper of Guild. Den habe ich gesehen und ich dachte, wow, I need it. Und das ist halt so mein goldener Highlighter, wenn ich Bock auf Gold habe. Und dann habe ich noch einen auch von Julia, weil sie meint, sie benutzt ihn nicht. Und der ist zur Zeit so wirklich mein absoluter Liebling. Beziehungsweise, ich benutze immer den als Base. Und meistens dann von Jeffree Star den Hypothermia drüber. Und der nennt sich Beaming Blush. And then we have here Justin Bieber. Justin Bieber. Und dann habe ich hier mir so eine kleine Kiste geholt. Bei Teddy habe ich diese so Mini-Schachteln. Sind das? Hier habe ich halt ein bisschen so Sachen wie Eyeliner. Ich benutze eigentlich seit zwei Jahren nur noch von L'Oreal diesen Black Lackeur Waterproof Superliner Dings hier. Dann haben wir hier von L'Oreal für faule Tage einen Brow Artist Shaper. In der Farbe Dunkelbraun, glaube ich, ist das. Dann habe ich hier noch diese Flores Brow Trio. Das sind ja eher so, die muss man halt mit Pinsel auftragen. Das ist so eine Pomade. Und ist halt schwarz. Ist halt sehr, sehr schwarz. Und von daher bin ich da nicht mehr so der Fan davon, weil ich einfach immer keine Lust habe, so schwarz Augenbrauen zu haben. Und deshalb habe ich mich jetzt vor kurzem, habe ich mir das hier geholt von Anastasia Beverly Hills. Diese Dip Brow Pomade. Und das hier ist die Farbe Granit. Also das fand ich halt cool, weil es ist nicht dunkelbraun. Weil dunkelbraune sind in den meisten Fällen für mich dann zu warm und schon zu bräunlich. Aber es ist halt auch kein schwarz. Und das finde ich sehr, sehr gut. Hier habe ich schwarzen Kajal, braunen Kajal von Essence, dieses Augenbrauen Gel. Dann kommen wir zur dritten Schublade. Und hier haben wir erst nochmal so ein Zueva Pinsel Set mit Lidschattenpinseln. Also hier ist alles drin an Lidschattenpinseln. Wenn es meint, kannst du das mal bitte kurz halten? Danke. Ja, und hier habe ich auch so ein bisschen aufgeteilt. Hier habe ich mir so eine kleine Schachtel geholt, wo einfach nur lose Lidschatten drin sind. Ich gehe die jetzt nicht unbedingt alle durch. Aber man sieht, ich habe so ein paar von Kiko. Dann habe ich ein paar von NYX. Die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Die sind auch super gut pigmentiert. Das hier ist jetzt zum Beispiel die Farbe Fireball. Also so richtig schöne Kupfertöne. Oder der hier ist so ein, wenn man vielleicht mal gar nichts macht, kann man den halt trotzdem drauf machen. Dann hat man halt wenigstens so einen Schimmer am Auge. Finde ich sehr, sehr schön. Das hier ist noch so ein Primer für diese Pigments hier. Zeige ich euch gleich. Ja, hier, den finde ich auch schön. Ich mache den eben mal auf. Das ist halt so ein Eyeshadow Mousse. Und ich finde das auch schön. Das benutze ich auch ganz oft, wenn ich gar keinen Lidschatten benutze. Dann mache ich das drauf. Sieht sehr, sehr dunkel aus. Ist es aber wirklich tatsächlich nicht. Aber hat halt diesen Blau schon mal drin. Das finde ich richtig schön. Und auch noch ein paar lose Lidschatten. So von MAC. Hier auch einen sehr, sehr dezenten. Und den finde ich richtig schön. Das ist wirklich ein richtig, richtig krasses Dunkelrot. Das ist richtig schön. Das ist... I'm into it heißt der. Sehr, sehr hübsch. Und dann haben wir hier noch ein paar Paletten. Einmal von Lunatic Cosmetic Labs. Das ist die Supernatural Eyeshadow Palette. Dann habe ich hier von Anastasia Beverly Hills die Subculture Palette. Hier ganz unten drunter, ich will sie jetzt auch nicht rausholen, ist die Zodiac Palette von BH Cosmetics. Und hier habe ich noch so eine Palette von Sleek. Oh so special heißt die. Die ist jetzt allerdings nicht unbedingt mein Favorit. Die sind zwar schöne Farben für 10 Euro, wirklich sehr, sehr gut. Also finde ich kann man sich mal holen. Und finde ich sind auch richtig coole Farben. Aber die Farben hauen mich jetzt nicht so um. Aber dafür... Diese aus der Palette. Also hier sind schon eher so meine Farben dabei. Ich habe mir die gekauft und fand sie so toll, dass ich mir noch eine zweite holen wollte. Und dann wurde diese Oh So Special wurde die zweite. Aber da bin ich dann doch nicht so begeistert wie von der. Rein nur von den Farben her. Das ist die Storm Palette. Und hier kennt ihr ja diese schon. Das ist die Essence Ho 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 Palette. Die habe ich ja letztens in einem Video gezeigt. Und ich zeige euch die hier noch. Für alle, die sie nicht kennen, das ist die Subculture Palette. Und natürlich auch in meinem Besitz die Lidschan Palette von Hatice Schmidt. Einfach auch eine meiner absoluten Lieblingspaletten, die ich habe. So, dann haben wir hier in diesem kleineren Fach meine Pigments. Also das sind wirklich sehr, sehr viele Glitzer. In allen möglichen Farben. Hier haben wir so Pink, Lila, Blau. Dann haben wir hier so einen Hologramm-Glitzer. Also das wirklich so in so Hologramm-Farben glitzert. Das habe ich mir letztens bestellt. Und zwar ist das von NYX. Dieses Beauty Beam nennt sich das. Das ist so ein bisschen Gold und ganz viele bunte Glitzerpartikel dazwischen. Und hier haben wir Kelly Rose, heißt das, von L.A. Splash Cosmetics. Das ist mein Favorit. Das liebe ich wirklich sehr vor allem. Und das ist dezent, wenn man es zum Beispiel, was heißt dezent, okay, wann ist so ein Glitzer schon dezent. Aber das hat so eine eigene Farbe, wie man hier schon sehen kann. Und wenn man es zum Beispiel über einen Lidschatten drüber macht, dann kommt die Lidschattenfarbe noch durch. Also finde ich halt richtig cool. Also das finde ich, die zwei sind meine absoluten Favoriten. Und hier habe ich noch von NYX diesen Glitterprimer. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Schublade. Das ist diese hier. Hier ist es eigentlich übrigens überschaubar. Hier sind überwiegend Lippenprodukte und Wimpernprodukte drin. Hier hinten habe ich wirklich nur so Labellos und wirklich sehr, sehr alte Lippenstifte drin. So Babylips oder, ja, keine Ahnung. Einfach nichts, was ich irgendwie noch benutze. Aber es ist auch zu schade, um es wegzuschmeißen. Von daher ist das in dieser kleinen Schachtel. Und wenn wir jetzt hier rüber schwenken, habe ich hier hinten so, ich habe mir doch mal selber so eine Wimpernverlängerung gemacht. Da habe ich hier noch welche übrig. Die sind jetzt hier, hier sind noch aktuelle Wimpern, die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Die habe ich mir letztens geholt von Kiss sind die. Dann habe ich hier vorne noch so eine kleine Schachtel. Hier ist eine Wimpernzange. Dann habe ich hier von Ardell noch so Wimpern. Allerdings, die sind mir mittlerweile zu kurz. Also ich bin irgendwie längeres gewöhnt. Von daher, ich werde sie nie benutzen, weil mir, das ist mir wirklich zu kurz. Ja, und hier meine Wimperntusche und Wimpernkleber, Wimpernzange. Und hier habe ich noch so eine kleine, ja so eine Mini-Tasche. Hier sind auch noch so Sachen für meine Wimpern halt drinnen, wie zum Beispiel die Pinzette, die ich benutze, damit ich sie drauf mache. Und auch noch diverse Wimpernkleber. Das wäre halt zum Beispiel, ich habe das hier so reingemacht, weil das wäre jetzt etwas, wenn ich zum Beispiel irgendwo wegfahre, würde ich das hier jetzt, diese Tasche so nehmen und würde es so mitnehmen. Weil das ist das, was ich halt immer brauche für meine Wimpern. Und ich mache das immer gerne, die Wimpernkleber in so eine Tasche, weil ich finde, wenn man die einfach lose irgendwo reinschmeißt, habe ich das Gefühl, klebt der Wimpernkleber die Reste immer überall, also an allen anderen Produkten. Und noch diverse andere Lippenprodukte, zu denen ich jetzt auch nicht, ich gehe nicht einzeln alle durch. Aber ich habe hier sehr viele NYX-Produkte, wie man sehen kann. Also diese Lingerie Liquid Lipsticks oder diese Lip Creams, Soft Matte Lip Cream habe ich ein paar. Auch so ganz normale matte Lippenstifte von NYX. Das zum Beispiel meine ich damit, hier hängt irgendwie so ein Wimpernkleber dran, ich hasse das, muss ich mal sauber machen. Ein paar Lip Liner, keine Ahnung, dann gibt es doch jetzt diese neuen Slip Tees, nennen die sich. Da habe ich auch zwei Stück. Einen Kylie Jenner von Sabrina, hat mir Sabrina geschenkt, wow. Ich liebe den, das ist Candy K. Das ist so eine Go-To-Farbe, den kann man immer tragen. Und ja, Lip Liner, hier habe ich noch von MAC so einen Lip Gloss und zwar in der Farbe Chestnut. Also so die Lippenprodukte, die ich immer benutze, sind quasi hier vorne so verteilt. Dann kann ich das durchgruschen sozusagen und dann mir was aussuchen. Ja Leute, dann war es das jetzt auch schon mit diesem Video. Ihr habt es schon gesehen, ich habe mich ein bisschen reduziert. Das ist immer noch vieler, weil ich habe wirklich viele alte Sachen einfach mal wieder aussortiert und so. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einfach irgendwie einen Kommentar da lasst oder einen Daumen nach oben gebt, was auch immer. Ich werde euch natürlich zu Lamps4Makeup die Rabattcodes nochmal in die Infobox packen und auch nochmal alle Links und auch mein Set und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon. Ich sage an dieser Stelle, Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss. Und ganz zum Schluss natürlich nochmal großes, großes, großes Dankeschön an Lamps4Makeup. Für mich ist das nicht selbstverständlich. Ich freue mich riesig über diese Lampen. Also thank you, thank you very, very much. Es ist toll. Ja, tschüss. Ja, tschüss.